Musik Hallo Menschen und herzlich willkommen Ja, wir werden wieder 3 planten suchen Das bedeutet, dass ich eine neue Ausstellung von Wilde Eetbare Planten 3 Es ist jetzt die 13. Mai, also Wilde Eetbare Planten 13 Und ich hoffe, dass ihr wieder Spaß habt Ja, in der erste Plante vor von Dach ist ein Boom Das ist eine Eetbare Kastanje Die Padenkastanje, die sehen wir meistens noch viel vaker Dan die Eetbare Maar ja, diese sind makkelijk von der Karte unterscheiden Doordat, ja, die umhulzen, zeg maar, bei der Eetbare Kastanje Heel fijne, heelspitze stekels Heeft, und bei der Padenkastanje Na, die heeft maar enkele, minder grote En auch minder sterke stekels Dan die Eetbare Ja, und hier liegen sie auch überall auf der Grund Und kann ich sie makkelijk verzameln Ja, das Verzameln und Bereiten von Eetbare Kastanjes Es fragt altijd ein bisschen moeite Es fragt altijd ein bisschen moeite und Zeit Maar, ja, sie sind so leckere, dass ich finde, dass die moeite wel lohnt Ja, und hier sehen wir nu de Blossums von Frauelike Hop Die sind bekannt, weil da Bier mit auf seinen typischen smaak gebracht wird Die Frauelike Blossums werden vorher gebruikt Um Dinge zu kruiden Aber auch die Mannelike Blossums sind interessant Weil, ja, jetzt in dem Jahr Die werden diese gebruikt als eine wilde Grunde Ja, echt ist es mir nicht gelukt hier eine Mannelike Plant unter zu finden Aber was vielleicht noch interessant ist, dass die Worte von Hopp auch zu benutzen sind Und jetzt in dem Jahr, zumindest In der Lente sind die jungen Schreuten Vor allem interessant Ich versuche hier noch ein bisschen zu finden Even schauen Na ja, hier geht es um Jullie sehen, dass die nu verdroogd ist Aber in der Lente ist das Vers in Sapphic Und der Lente ist ein bisschen auf Asperges Ja, die Menschen die wilde eetbare Plantenafleverungen Al vaker haben gesehen Die wissen, dass ich, ja, Juist auf diesen Moment in der Video Alltags etwas erzähle über das Wildplücken Over mich Over mich Na ja, was dann auch Auch diesmal wieder Aber doch ein besonderes Unterwerb Vandaag Mit name Was tut es wildplücken mit jou? Was tut es mit jou persönlich? Nou, da kann ich natürlich nur von mir sprechen Aber Ich fühle mich immer mehr Dass ich Dinge viel mehr hinterfrau Das ich viel mehr hinterfriere wohlt Das ich viel mehr seitdem Von der lifehäzen Die wir haben Nou, die ich auch Jahre habe geleefd Ich will niemand Ich will niemand Ich will niemand Diese Ervaringen Vooraf laten machen Doordat ich sie vertel Aber Ich begin sicher Dinge anders zu sehen Und auch, wenn man schnell wie alles in sich steht, wo es gibt, wo es sind und wie wir es in dieser Zeit nicht getan haben, um mit der Natur zu leben, in lieu von alles von der Natur zu nehmen und es zu Geld zu machen. Ich will durch mein enthousiasme Menschen bewegen, um auch der Natur in zu gehen, um die Schönheit, die Leukheit von der Natur zu sehen, um automatisch auch an das Denken zu kommen. Und ich höre immer durch Ihre Kommentare, durch Ihre Fragen, durch Ihre E-Mails, was dann auch, dass es mir immer mehr funktioniert. Und ja, ich danke Ihnen allen dafür und bleibe Wülplücken. Ja, aber ein plant haben wir noch für heute. Ich bin gespannt, welches es ist. Ja, Leute, und was hier neben mir und hinter mir so schön geel in der Natur steht, ist Topinambur. Topinambur wird auch Aardpeer genannt. Und bei diesem Namen weiß man auch, was für uns das wertvollste ist, wenn es um etwas E-Mails zu finden, um etwas E-Mails zu finden. Und dann habe ich es über die Knoll. Die Knoll ist auch etwa Mitte Oktober, also in dem Jahr. Und bei vielen Zürcher. Auch die Blossums von Topinambur sind eetbar. Diese benut man als decoratier in Salad oder als decoratier in hartige Geräten. Die Bladern sind auch eetbar, wenn sie jung sein. Ich finde sie nicht besonders smakelich. Aber gut, junge Stengels werden manchmal auch als eine Art Asperger gegeten. Diese sind jetzt nicht mehr jung, also auch dafür nicht mehr zu benutzen. Ja, Leute, wir haben wieder drei planten. Eben schauen. Topinambur, eetbare Kastanje. Und was es noch? Ah ja, hop. Ja, ich fand es toll, dass ihr wieder mit mir gesehen habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Video. Doei!